Nach 100 Jahren Im Jahr 1918 brach die spanische Grippe aus und tötete fast 50 Millionen Menschen. Nun warnen Forscher vor einem zweiten Ausbruch der Grippe-Epidemie, was selbst die heutige Medizin vor große Herausforderungen stellen würde. Vor 100 Jahren tötete die spanische Grippe mehr Menschen als der erste Weltkrieg. Die Erkrankung, die ihren Namen von einem spanischen König hat, gilt als Prototyp der Pandemie. Forscher sind der Ansicht, dass die Gefahr einer Grippe-Epidemie auch heute noch besteht. Millionen von Menschen starben Anfang des vergangenen Jahrhunderts an der spanischen Grippe, insgesamt rund ein Drittel der Weltbevölkerung erkrankte an dem Virus. Seitdem sind 100 Jahre vergangen und aus der Epidemie wurden einige Lehren gezogen. Dennoch ist die Menschheit laut einer neuen Studie auf eine nächste große Grippe-Epidemie schlecht vorbereitet. Die Autoren warnen, der demografische Wandel, Antibiotika-Resistenzen und der Klimawandel könnten die Bekämpfung der Krankheit erschweren, sodass bis zu 150 Millionen Menschen sterben könnten. Wir stehen nun Herausforderungen gegenüber wie einer alternden Bevölkerung, Menschen mit Grunderkrankungen wie Fettleibigkeit und Diabetes, sagt Caroline Van de Sand vom Peter Dockerti-Institut für Infektionen und Immunität an der Universität von Melbourne. Sie und Ihre Kollegen haben für die Studie, die im Fachblatt Frontiers in Cellular Ant-Infection Microbiology veröffentlicht wurde, einige große Grippe-Epidemien analysiert, die sogenannte asiatische Grippe von 1957, die Hongkongrippe 1968 und die Schweinegrippe 2009. Außerdem werteten sie riesige Datenmengen über die spanische Grippe aus, die sich 1918 am Ende des Ersten Weltkriegs auf dem ganzen Erdbau verbreitete. Entgegen der damaligen Vermutungen erkrankten nach heutigem Forschungsstand nicht Spanier, sondern US-Soldaten als erste an der sogenannten spanischen Grippe. Weltweit starben etwa 50 Millionen Menschen und damit 2,5 Prozent der damals Erkrankten. Bei den Opfern handelte es sich besonders häufig um junge Menschen. Das Virus war auch deshalb so tödlich, weil Unterernährung infolge des Krieges besonders verbreitet war. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die nächste große Grippe-Epidemie anders verlaufen wird und besonders ältere und chronisch kranke Menschen in den Industrieländern treffen wird. Schließlich gibt es hier besonders viele Übergewichtige und Diabetiker. Kersti Schott von der University of Queensland sagt, diese Menschen seien besonders häufig schwer an der Schweinegrippe 2009 erkrankt. Schott, Bandisand und ihre Kollegen sprechen von einer doppelten Bürde, die Ausbreitung eines Grippe-Virus werde durch weit verbreitete Unterernährung in den Entwicklungsländern sowie durch die Überernährung in reicheren Ländern gefördert. Und auch der fortschreitende Klimawandel könnte sich auf kommende Grippewellen auswirken. Bandisand weist darauf hin, dass viele Grippe-Viren-Stämme sich zuerst in Vögeln entwickeln. Der Klimawandel könne die Flugrouten von Vögeln verändern und damit potenziell pandemische Viren in neue Orte bringen und potenziell eine größere Bandbreite an Vogelarten befallen. Nicht außer Acht gelassen werden darf auch das Risiko, dass grippegeschwächte Patienten leichter an bakteriellen Infektionen erkranken. Diese können anders als das Grippe-Virus mit Antibiotika behandelt werden. Allerdings werden wegen des massenhaften Einsatzes von Antibiotika in der Medizin und der Tierzucht immer mehr bakterienresistent. Damit steige das Risiko, dass Menschen bei der nächsten Grippe-Epidemie an bakteriellen Folgeinfektionen sterben, sagt Kessrin Ketsierska vom Doherty-Institut in Melbourne. Seit 1918 hat sich die Welt sehr verändert. Es gibt mittlerweile sieben Milliarden Menschen auf der Erde, zahlreiche dicht besiedelte Meergestädte und einen Regenert überspannenden Flugverkehr. Das erleichtert die Verbreitung von Grippeviren und einen universalen Impfstoff gegen die zahlreichen, sich ständig neu entwickelnden Varianten der Grippe gibt es noch nicht. Bandi Sand und ihre Kollegen heben jedoch hervor, dass moderne Entwicklungen bei der Eindämmung künftiger Epidemien helfen könnten, wie etwa die schnelle Kommunikation via Internet. So könnten im Falle einer Pandemie schnell Warnungen und Verhaltensanweisungen verbreitet werden. Schließlich laute eine der wichtigsten Lektionen aus der spanischen Grippe, dass eine gut vorbereitete Reaktion der Öffentlichkeit viele Leben retten kann. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team E-I-J-R